Musik Jetzt hör mir gut zu. Du bleibst hier, bei deiner Mutter und bei deinem Vater. Musik In Brasilien muss ich sehr viel arbeiten, ich muss sehr viel tun. Ich habe keine Zeit. Ich könnte mich nicht um dich kümmern. Du wirst mir nur lästig werden, Andreas. Es ist gar nicht so lange her, Porta, da wollten wir gemeinsam nach Thailand. Wir hatten Träume, Pläne. Was ist mit unserem Leben in Brasilien? Ribeiro ist jetzt im Knast. Jetzt könnten wir das alles zurückhaben. Am I stable? They lose their balls. Snipped right off. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.